Hallo, ich bin Paula, ich komme aus Chile. Ich freue mich, dass ich diese Bande singe. Ich will singen! Ich will singen! Ich will singen! So Freunde, hallo! Heute sind wir in Dallau. Ich denke, es wird eine sehr, sehr geile Party werden. Was heißt der, ich denke? Das ist hier der Fotograf, der Daniel. Er ist zuständig für die heutigen Tagbilder-Schei. www.bach-bayern.de Schlaf mal rüber! Aber wir müssen ja jetzt hier telefonieren. Das ist unsere erste Geige, sozusagen. Ich muss sagen, das ist der erste Gitarist. Das ist der erste Gitarist. Schwenk mal um, bitte. 50 Stunden grad. Hey, Tama, Tama! Hey, Tama! Hey, Tama! Hey, Tama! Hey, Tama! Hey, Tama! Der Ryanair! Der Ryanair! Ich bin nächste Woche dabei! Er ist auch nur hier, weil er unser größter Fan ist. Ich bin nur da und was du kriegst. Nur wegen Bier! Der Ryanair! Er sind! Hey, Mark! Unterhalte sich zwei Keyboarder. Keyboarder ist eigentlich kein Instrument. Also es gibt Bassisten, die spielen Bass und andere spielen Bass. Also der Raffi spielt manchmal. Zwei Alleinunterhalter unter sich. Vitali! Ach, dir geht jemand Probleme? Nein! Hat jemand Probleme hier? Hast du Probleme? Wir wollen kuchen mit jemanden an! Vitali! Komm auf, Ben! Es ist Finger weg! Es ist Finger weg! Es ist Finger weg! Auf, hier hoch! Vitali! Du musst ja alle aufpassen. Äh... Zwei... Ist das immer dabei? Weißt du ein bisschen? Ja, ich... Äh... Da oben! Da oben! Da oben! Aufpassen, ja! Passt da niemand an! Es ist Marc und Benja! Benja! Aber wir haben noch einen! Ben! Äh... Nein, wir sind nicht schulgasse. Was machst du so für... Was machst du? Ah, okay! Macht sich schön für Vitali! Weisst du? Alle Frauen lieben Vitali! Lieben alle Frauen Vitali! Ja, alle Frauen! Ja, alle Frauen! Alle Frauen! Ja, ja, ja. Okay! Hey, du musst einfach für Vitali! Und ruf mich an! Ich kenne dir gut jetzt! Und ruf mich an! Wir sind die hier, wir sind alle hier und ich mich direkt wir sind 11 bis dahin So, wow, become so loud, I can feel you. Guten Abend, warme Saja. Ich bin extra aus Marburg gekommen. Saja läuft hier noch mehr, da kein Asthma, das weiß ich nicht, jetzt mal die Band zu sehen. Einfach nur mal zuerst an die. Ich hab eine Frage, nun könnt ihr mir gefallen tun? Könnt ihr den Dieter Polen? Heute pflegt den Arsch der Sonne. Er schreibt immer die gleichen Lieder, legt ihm alle Glieder. War das so? Weitere nicht. War mein Song. Mensch, Widali, wie viel Vodka hast du schon getrunken? Vodka ist für mich, ist das wie, weißt du, ich stehe morgens auf. Vor 10% Vodka, nach 10% Vodka. Immer gut, aber. Ich habe kein Problem mit Karis. Ich habe kein Problem mit Karis. Untertitelung des ZDF für funk, 2017